Haha, Ladies! Ich hoffe, die Sandy bringt heute Äpfel. Ich erzähl euch einen vom Pferd. Nee, keine Witze. Mach mal lieber Werbung, Snooki. Ja, genau. Erzähl vom Pferden und erzähl von mir. Was soll ich denn von dir erzählen? Klein, frech und eingebildet. Oder, Schatz? Was meinst du? Du könntest auch mal was Nettes zu ihr sagen. Och, das ist doch nur Spaß. Sie ist wirklich ganz niedlich. Niedlich, hübsch und sehr intelligent. Was heißt denn niedlich? Ich bin die Schönste im ganzen Film. Dann kann ja die schönste Werbung machen. Also Leute, ohne Moos nix los auf dem Pferdehof. Kennt ihr ja. Darum bitte unterstützt uns. Nee, Kleine, lass mich mal. Hey, du! You get what you give. Wir suchen noch Sponsoren, Produkte, Platzierungen. Vieles ist möglich. Informier dich einfach. Nicht verpassen, Mann. Sieh jetzt mein Halfter aus. Es ist meins. Lass ihr doch das Halfter. Gott bist du doof. Mann, du nervst. Nicht vergessen, sie ist die Schönste. Aber das stimmt. Wer sich nickt, der liebt dich. Hey, kommt sie endlich mit dem Futter? Echt jetzt? Oh, schön. Heute bin ich extra brav. Dann bekomme ich am meisten Belohnung. Etch, bitch. Tschüss. Waaaaaah! Waaaaaaah! Waaaaaah! Waaaaaah!